Herzlich Willkommen in der Blüten- und Gemüseoase der Gärtnerei Düppjohann in Greven. Auf einer Fläche von fast zwei Fußballfeldern finden Sie bei uns eine große Auswahl an Pflanzen für jeden Anspruch und Geschmack. Dazu gehören sowohl schöne Topfpflanzen zur floralen Dekoration, Beet- und Balkonpflanzen für die Gartenterrasse und Balkonbepflanzung sowie knackfrisches Gemüse direkt aus unserer Gärtnerei. Ganz nach dem Motto, kaufen wo es wächst, stammen viele unserer Produkte aus eigener Produktion. Und durch die eigene Ernte fallen auch keine langen Transportwege an. Das ist gut für die Umwelt und gut für unsere Kunden. In unserem Familienbetrieb erwartet Sie auch ein kompetentes Team von Gärtnern und Floristen, die Sie gerne ausführlich beraten. Unsere Blumenprofis sind für Sie da, um Ihnen unsere große Sorten und Farbvielfalt zu präsentieren. Gurken, Tomaten, Paprika, Auberginen oder Salate – mit uns macht gesundes Essen Spaß. Denn anders als andere setzen wir mit dem biologischen Nützlingseinsatz auf die Kraft der Natur und lassen uns zum Beispiel bei der Bestäubung durch nützliche Hummelfölker unterstützen. Und Sie werden den Unterschied garantiert schmecken. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt am Münsteraner Dom oder direkt bei uns in Greven und holen Sie sich knackig gesunde Frische auf Ihren Teller. Aus der Region für die Region – dafür steht die Gärtnerei Düppjohan. Aus der Region – für die Region – für die Region. Aus der Region – für die Region. Aus der Region – für die Region. Aus der Region. Aus der Region. Amen.